ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zur june 2000 und genau wir waren ja beim letzten mal hier schon mit den hakonen haben wir schon hier hat ordentlich angefangen und ja haben die ersten beiden missionen schon gemacht und jetzt kommt würde ich sagen die dritte übungsmission und dann würde ich sagen fangen wir direkt mal an ich gehen wir hier oben hin so ich war heute morgen bei den baron ein junger atreides rekruten zu foltern ein bluter das hat eine unglaubliche schweinerei gemacht aber da ist ein neuer stützpunkt na es sieht stabler er ist ziemlich schwach besetzt und deswegen muss er und ich wiederhole es er muss sofort angegriffen werden bevor die zeit haben ihn vollständig zu befestigen geh und vernichte die streitkräfte der atreides ja typischer konn halt einfach mal so ein paar typen foltern meine güte und es geht wieder nach sit tabre das gebiet kämpfer aus den atreides und aus den orders auch so zerschmettert die truppen der atreides alles klar mission 3 wüsten nochmal zum ersten mal okay die quats ja das ist immer gleich aufgebaut die mauer und mehr gibt es dann nicht ne ja genau gut freunde muss ich mal sagen dann fangen wir doch direkt mal an hier direkt mit so einer schönen mucke hier und ja dass der bauch immer so weit vorne steht das ist nicht so doll finde ich nicht gut ne aber was will man machen so dann bleibt immer bitte hier und der kann direkt mal erkunden fahren so leute ja wie soll ich mir das direkt nach den ersten beiden missionen auf und ähm ja mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen ich nehme es direkt nach den ersten beiden missionen auf ne es ist immer noch freitag abend immer noch tun meine beine weh und ja weil ich ja diesen stressigen tag heute hatte ne so neuer bauern zu ja genau dann drehen wir da eine runde gut ähm wo ist das spice da ist das spice okay sehr gut dann boah geile mucke geile mucke so 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 ich musste einmal ganz kurz aufstoßen und ja ja freut mich mal wieder dass ihr hier dabei seid bei dune 2000 ähm bei diesem schönen alten spielchen hier und ähm nein 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 doch könnte ich ja eigentlich mal machen ne spiel schon speichern mission 3 das ist ne sehr gute idee ha bevor es wieder abstürzt ha wie sie befählen genau ha ha hörst du ein bisschen nazi mäßig an hier ne ha ha aber naja genau sooo leute da dann ähm ja ja wo wir wenn wir jetzt hier so vor uns hin erkunden möchte ich mal ein paar kommentarschreiber grüßen die hier dabei waren die hier fleißig hier meine videos kommentieren zu dune 2000 das finde ich sehr nett gut vielen dank aber erstmal müssen wir das jetzt erstmal verteidigen und dann lock die mal hier rein los so schieß mal auf den da los ja nein mein aufklärer ja gut dann ist ooooh warum das denn leute ihr seid doch bescheuert verdammt nochmal jetzt muss ich meine raffinerie neu bauen nur weil die mannequin hier drauf geschossen haben man ha ha naja egal genau leute ähm paar leute grüßen und zwar einmal hier ähm flying dragon games der schaut wirklich jedes einzelne video äh sei gegrüßt freut mich dass du hier so dabei bist und ähm dann gibt es noch den den äh mastermind genau den mastermind der ist seit ein paar videos dabei äh sei willkommen freut mich dass du ähm ja dass du dabei bist und ähm dann gibt es noch den smash k der hat auch mal reingeschaut vielen dank vielen dank und ähm ja da sind noch zahlreiche andere aber die hab ich jetzt grad leider nicht im Kopf und ähm hab grad auch mein handy nicht da ach du kacke es ist pfff okay sammler komm mal her ich brauch dich mal hier fff um gottes willen ey ich brauch dich mal sammler ach du kacke okay fahr die alle mal kaputt hier ey boah das ist krass leute das ist heftig das ist heftig was kam denn da gerade an alter schwede so ich will dich erst verteidigen ja das ist äh es gibt ja noch keine türme ja so ach du kacke pfff pfff okay das war heftig ich hab alle meine einheiten verloren leute pah wow also das ist ähm ja schon krass so rüsten sie kaserne auf leichte leichte waffenfabrik auf ja ja weiß ich aber ich brauch danach doch erstmal noch eine energie soll ich das machen ne ich brauch keine wüstentruppen eigentlich ich brauch hier nur äh die panzer aber ich sollte ja ich sollte miniken pfff zwei quats zwei quats könnt ihr nicht mal Verstärkung hier bringen oder so was seid ihr für kollegenschweine hier ey wirklich weißt du was baut das ding doch aus so holy shit was machen die viel damage da dran lock den mal weg da oh so ach du heilige leute wirklich haha der ist zum glück weg hier ey der eine so ich würd mal sagen ich brauch mal direkt ein paar wüstentruppen hier ja ach du heilige kacke das ist schon heftig ja das war schon das schon pfff da kommen noch mehr leute das kann doch nicht wahr sein ach du heilige äh kann ich kann ich mal hier erst mich erstmal aufbauen boah zum glück machen die so viel schaden leute du gehst mal bitte boah also das ist hart haha das ist hart leute boah so viele einheiten direkt hier das ist schon nicht schlecht hier so mach mal den einen da hinten kaputt der macht meinen sammler platt ne so so dann noch ein paar schützen hier so mach den schweig im arsch gut dann haben wir das meine güte leute meine güte jetzt jetzt nachdem der angriff verteidigt ist kommt die verstärkung von euch ihr seid ihr seid mir auch ein paar trollos ey man 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 jetzt kommen hier ein paar einheiten ey also wirklich ja ist ja gut wo ist der wurm ich muss auch eh noch eine ähm Dings bauen eine Radarzentrale so Leute boah was war das denn das war krass aber wie immer sind wir am Ende siegreich und ähm ja wir brauchen jetzt nur noch das Radar und am besten noch einen zweiten Sammler ich würde sagen das mache ich ich baue danach noch einen zweiten Sammler ich will einfach dass ich schnell alle Kohle hier kriege so gut dann bauen wir hier einmal die Radarzentrale boah boah das war krass Leute das war gerade eben ein richtig heftiger Angriff direkt am Anfang krass dann direkt von allen Seiten also es könnte sein dass die Hakkonen wirklich schwerer zu handeln sind obwohl die die besseren Waffen haben ja ja das ist so ähnlich wie bei äh mit den Sowjets ähm die waren auch die hatten zwar auch die besseren Waffen und so aber die Missionen die waren knackiger von Anfang an und das merkt man hier auch jetzt gerade finde ich während die erste Ordos Mission und die also ich meine die dritte Ozone natürlich so während die dritte Ordos Mission ja noch noch okay war und die dritte Atelier ist vor allem auch geht das hier schon richtig ab joch und ähm ich brauche jetzt gerade nochmal den zweiten Sammler in Form einer Refinerie ja das ist ein bisschen komisch aber mein Gott ich brauche halt den zweiten Sammler da man hier noch keine Panzer bauen kann ist das die einzige Alternative hier jetzt sammel doch hier oben man du ist doch total langsam so da da kommt schon wieder was nein Leute nein kommt mal her hier los mach die mal kaputt ach du heilige kommt er da mit zwei Quats an so mach den Quatt im Arsch hallo der fährt einfach weiter ne wie kacken dreist wirklich wie kacken dreist die Atreidesse ja ja so mach den kaputt so danke so ja der Druck ist da Leute schaut euch das an der Druck ist da na bitte neue Anweisungen bestätigt Ende und aus bestätigt Ende und aus genau so dann bauen wir noch ein Manneken hier hin so so haben wir jetzt hier die alles klar Leute sehr gut was ist das denn hier ist so eine Fliege auf meinem Bildschirm was soll das denn naja was was gehen wir hier sammeln oder ist ein bisschen näher dran als das hier unten ne oh nein kein Quatt gegen Wüstentruppen das ist eine ganz schlechte Idee Leute jetzt habe ich hier nur noch die drei Manneken ja ich darf jetzt nicht angegriffen werden ne das ist schon so krass ja Mission 2 und äh äh 3 und ähm ja es ist schon schon krass ich trinke aber mal trotzdem einen ganz kleinen Schluck hier Apollinaris so Leute ähm ja alles klar der heilt sich langsam wieder das ist ganz gut ähm ich hoffe mal dass das jetzt reicht von der Kohle ey ich glaube noch nicht mal ey Mann 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 ein geschwächter Sammler ist immer scheiße Freunde ist immer blöd vielleicht muss ich dann das Radar verkaufen oder so oder mit der Spielmechanik ein bisschen rumspielen ja das ist der Typ ist hier unten ja scheint so und ja dann würde ich sagen gehst du mal direkt hier an das nächste Feld reicht das vielleicht sogar komm schon oh bitte oh ist das ärgerlich Leute das ist ärgerlich nur für so ein paar Spice Einheiten ey dann würde ich sagen ja jetzt bist du grün okay sammelst du mal 100 ein geh doch nicht auf die braunen Sachen ey Mann geh direkt mal zurück weil dann kann ich das Ding bauen direkt wieder verkaufen dann kann ich direkt Einheiten bauen von dem Rest Geld dann kriegt ja noch was wieder ne also normalerweise kosten die Sammler ja 1.200 1.100 genau oder 1.200 1.200 ja ja 1.200 so dann stelle ich die jetzt hier oben hin ist egal wenn der Sammler da ist dann verkaufe ich ihn wieder wegen 6 Dollar ey das ist so lächerlich verkauft das Ding wieder kriege ich noch ein paar Einheiten so und dann kann ich hier jetzt anfangen so du gehst aber auch hier hin ja ich muss mich jetzt ich muss jetzt nämlich ich muss jetzt nämlich eine kleine Verteidigung aufbauen weil die paar Männiken hier die reichen definitiv nicht das weiß ich jetzt schon sammel doch nicht so weit weg naja ja da kommt wieder seht ihr das da kommt da nämlich schon wieder so dann mach die mal kaputt los ja natürlich als erstes auf die Wüstentruppen klar das ist so logisch da kommt nämlich Männiken seht ihr das da kommt noch ein paar Männiken so die kriegt ihr aber auch ne der macht nicht viel Damage ja sehr schön ah das könnte knapp werden das könnte knapp werden okay alles klar dann bauen wir einen Trike direkt hinterher so gut ähm dann kann er ruhig kommen so Leute die Ordos Mucke diese Mucke assoziiere ich immer mit immer mit den Ordos ich weiß nicht warum einfach weil die so crazy klingt irgendwie wie ich weiß auch nicht so dann macht ihr mal die Wüstentruppen hier im Arsch ja so doch nicht immer auf die Raketenpanzer man ach egal gut so dann weiteren Quad und ja können wir ein bisschen Einheiten bauen hier und den nutze ich mal wieder zum Erkunden hier so so Leute gut 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 das haben wir überstanden sehr gut alles klar dann erkunde mal hier für mich bitte aber hier gibt es nur Slowdown Dünen genau so ja ja ist gut ich glaube ich werde ich glaube ich werde drei Quats und drei Trikes werde ich da als Verteidigung aufstellen ja das ist ein guter Plan da kommt doch schon wieder was ne da kommt er schon wieder dann brauchen wir noch einen Trike oh Raketensachen okay naja dann zieh den erstmal hier ein bisschen weg so zieh den erstmal ein bisschen weg kein Bock jetzt da drauf ganz ehrlich oh und auf dem Wurm habe ich auch keinen Bock okay gut dann hier hier hin so dann zieht der die mal noch ein bisschen hier rein schön taktisch ein bisschen ja und gib Gas so schön hier rein so genau Leute so macht man das einfach schön rausziehen so und da kommt der jetzt hier rein dann ist der gleich kaputt so so einfach geht das gut Leute dann würde ich sagen kann ich ja jetzt die Einheiten bauen für den Angriff genau gut mit dem könnte ich noch ein bisschen erkunden wenn wenn die Wüstentruppen kaputt sind natürlich nein nicht Wüstentruppen gegen Quats das macht keinen Sinn Leute so sehr schön jetzt genau jetzt so die Kohle fließt das ist jetzt sehr gut dann kann ich nämlich ununterbrochen bauen und ja dann haben wir die dritte Mission eigentlich auch schon gewuppt hier viel mehr ist das nämlich nicht wir müssen jetzt nämlich nur noch hier unten den Stützpunkt gleich erledigen so also platt machen auf gut Deutsch gesagt und ja da will er wieder kommen aber das kann er gerne versuchen ich habe jetzt hier eine ordentliche Verteidigung stehen so Leute ähm ja so der will mich hier ein bisschen nerven aber das passt schon soweit hä was ist das denn wie kommt der denn da durch ey also mal wirklich jetzt hier Unverschämtheit wie kommt der denn da durch verdammt nochmal so ach du uh haha okay da bin ich einfach mal so durch die Basis gefahren ja auch nett ja gut dann erkunde nochmal ein bisschen hier ist ein Bauhof nein ah nein scheiß Wurm der hat meinen Sammler geklaut ja dann äh vier Wüstentruppen ähm oh Leute das ist heftig ähm was geht jetzt hier ab Leute die Mission die war zwischendurch so gut jetzt hör mal auf hier äh verdammt nochmal Leute ja mal das war es dann mit meinem zweiten Sammler ne toll super toll wirklich nur wie ein kack Wurm hier ey ja super toll jetzt kann ich wieder ewig auf Geld warten ne das ist doch so bescheuert Leute wirklich ja super ich brauche jetzt nämlich Trikes und keine Quats eigentlich ne gut dann bauen wir Trikes nein jetzt ist der Sammler auch wieder das war auch noch mein voller Sammler ey dumme Würmer hier wirklich ne nein mach doch nicht kampf verdammt nochmal diese Wüstentruppe die gehen mir so auf den Sack wirklich so wenig Geld ja das ist das Problem da ich jetzt nur noch einen Sammler habe ist wieder zu wenig Geld hier ach man bitte neue Anweisungen melde dich wieder vor einfach weiter bauen hier einfach weiter Verteidigung bauen weil jetzt nochmal einen Sammler zu bauen habe ich keine Lust drauf ganz ehrlich nö mach ich nicht das mach ich nicht auf keinen Fall ey ja ja das war da kam mir so ein Spawner an das ist ja wohl nicht wahr da kam mir echt ein Spawner an so Mission 3 und Spieleinstellungen hoch so gut mach doch nicht so ein Mist so genau verdammt nochmal die machen auch immer so komische Alleingänge hier ne so gut Leute hab ich jetzt nicht mal in zwei Quats so der kommt schon wieder ok ja gut aber das kriege ich noch hin hier der will ähm boah Leute meine Güte so nochmal einen Sammler zu bauen kann ich mir ehrlich gesagt echt nicht leisten oder 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 kommt wisst ihr was ich baue nochmal einen hier ich sammle ich sammle ich steuer den jetzt halt manuell oh nein ist schon wieder so ein Kackwurm verdammt nochmal so dann geh halt hier hin so sammel schneller so ja dann ab nach Hause so Sammler alles klar ja ich hab jetzt sogar vier Quats hier stehen dann mit dem mal wieder mit nach oben ne so Leute dann würde ich sagen speicher ich das nochmal dazwischen ja ich hab gedacht irgendwie ja jetzt hab ich ja alles erkundet und so schön fein nö ist nicht äh das ist ganz schöner Abfuck da bitte neue Anweisungen warum läuft das Spiel jetzt so langsam keine Ahnung Leute hier wenig Geld ja ich weiß steuer den Sammler manuell dann geht das schon so und hier zack und nach hause so alles klar Leute ja aber schon mächtig zu tun hier in der dritten Mission aber da kommt schon wieder der versucht immer auf meinen Bau auf zu gehen immer äh verdammt nochmal so pfff einfach mal eben so meine ganze Verteidigung weg ja ja klar gut dann muss ich die auch da unten hin ziehen tss oh man ey das ist doch so bescheuert Leute Sammler fahr die mal kaputt los haha sehr gut alles klar die nerven mich nämlich langsam wirk was achso nein das kann ich ja verkaufen hier das Ding stimmt nein 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 hör auf zu reparieren jetzt verkaufe ich genau das verkaufe ich jetzt deswegen war auch die Energie weg so Leute jetzt habe ich wieder meinen zweiten Sammler ja oh wie oft willst du mich denn hier nerven ja ist gut du bist doch schon weg hier so gut nochmal ein Versuch hier meine Angriffsarmee aufzubauen und ja jetzt sollte das aber wirklich passen jetzt habe ich wieder zwei Sammler im Einsatz die liefern abwechselnd Kohle ab das ist ja sehr gut haha der kommt genau hier rein haha vergiss es nein nicht eins gegen eins verdammt haha egal Leute so mach ich jetzt einfach erstmal hier die schweren Einheiten ne was ist hier schon wieder nichts okay gut gewissen Truppen da können die Mäniken sich drum kümmern so genau so Leute und hier sieht man ja schon wieder so ein paar Überreste ne also ich weiß nicht was das war ist das ne äh Radarzentrale oder so keine Ahnung auf jeden Fall ein paar Überreste und ja ja die ich habe jetzt noch 5 Minuten für die Folge aber ich glaube in den 5 Minuten schaffen wir das jetzt ich baue jetzt hier nämlich noch meine äh keine Ahnung 15 Quats und 15 Trikes auf und dann passt die Sache ah wisst ihr was ich baue ich baue noch eine Waffenfabrik ich glaube ich baue noch eine zweite Waffenfabrik damit das noch ein bisschen schneller geht hier ja ja das ist ne Idee das ist ne Idee Freunde so ja dann mach ich das mal genau das ist nämlich ne Idee die Kohle die kommt ja ununterbrochen rein ne das ist das ja so aber ich frage mich ob ich frage mich gerade ob die beiden Energien ausreichen hmm schauen wir mal nein Leute schade ja ich weiß da kommt er nämlich schon wieder ja ist doch gut hör doch auf so Energie bauen ach ja Leute ach ja das ist schon was ich sag es euch 2 ey das ist so dreist so meine Güte ey was will er denn jetzt mit den Wüstentruppen man ja ich baue doch schon so ist ja gut so wer schießt ah ein Wurm okay alles klar gut dann gut komm du mal hier runter alles klar Leute wie viel Quads habe ich jetzt 2 4 6 7 8 9 10 11 12 da haben wir noch 3 Quads und der Rest sind dann Strikes so mach mal hier dass sie hier rauskommt so gut dann kann ich jetzt wirklich mich auf Einheitenproduktion fokussieren das ist doch schon mal gut anstatt immer auf neue Verteidigung aufbauen so Leute dann komm doch nicht immer hier rein verdammt doch kacke eh wirklich so reicht jetzt mal langsam so ah da ist wieder irgendwo so ein Wurm da rechts ok gut dann fährst du mal die Wüstentruppen im Arsch komm überfahr die einfach oder komm dann die Männiken da drauf los so gut dann weiter Trikes die sammeln immer am Ende Leute da kommt wieder ein Wurm fahrt mal zurück ja da kommt ja ein Geldtransporter gut Leute da ist der Wurm gut das passt schon so sehr schön 1,2,3,4,5,6,7 ja geht schon 8,9 noch 6 Stück danach so Leute 5 Stück weg sehr gut die Mission die schaffen wir glaube ich sogar noch in der Folge die Mission die schaffen wir noch ja ja dann mache ich die Folge 5 Minuten länger oder so aber das geht schon so dann da kommt er wieder an der anderen Stelle hier so Mensch ja natürlich klar so reicht jetzt alter das ist dreist so die Wüstentruppen kann er direkt überfahren hier ne ja sehr gut nein der Wurm boah Leute das war krass das war heftig 10,11 ja noch 4 Stück geht schon boah der Wurm Leute noch 3 ja das passt die Kohle habe ich jetzt safe 2 ja ich weiß Leute so die Folge wäre eigentlich jetzt vorbei aber ich habe mich entschieden dass ich die Mission jetzt noch hier fertig mache ne 12 13 14 15 ich habe sogar einen mehr ok das passt doch dann Leute dann würde ich mal sagen geht ihr mal hier hin nochmal kurz zwischenspeichern jo Leute dann machen wir den erstmal platt sehr sehr gut so dann einmal Spielgeschwindigkeit langsamer und dann haben wir das so mach den kaputt da den kaputt erstmal auf die Raketendinger so dann hier drauf und jetzt mal die ganzen mach mal Wachdienst hier so alles klar ah ne macht mal hier die sind wieder zu dumm ja ok dann schießt einfach alles andere kaputt so das war es schon fast so hier ist die Basis sehr gut ja haben wir das gewonnen würde ich sagen also das das kann der nicht abwehren hier auch wenn er in letzter Sekunde einen Strike baut und hier Verstärkung kriegt genau dann wenn ich hier angreife das ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber ja ist ok so Leute dann hier weiter drauf hier drauf drauf zweimal Verstärkung ok das ist krass Leute so dann haben wir Siechtabere auch eingenommen oh Wüstentruppen Leute immer für Wüstentruppen ne so och da war schon wieder so ein dummer Wurm aber es ist mir jetzt relativ egal die Mission haben wir jetzt geschafft Leute so dann ja ich weiß aber es ist mir jetzt relativ egal wir haben die Mission so batsch sehr gut jo Leute den Bauhof noch und dann war es das komplett ich lasse die Raffinerie nämlich noch stehen damit der Sammler hier schön reinkommt das ist mein das ist mein Plan hier so damit der Sammler schön hier reinfährt ja so das dumme Manneken da weg so und bevor der jetzt wieder wegfährt der Sammler macht den kaputt haha ja komm so und dann speichere ich das nochmal kurz und batz das war es doch jetzt oder nein das war es noch alter Schwede Spiele doch das war es alles klar Freunde sehr schön ähm ja 224 zu 76 Einheiten Gewürzpunkte hat der Gegner hab ich mehr und wir sind jetzt Sammkrieger 486 geil Leute ein Außenposten der Autos wurde umsingelt aber die Atreides sind stark geworden ja ja hier die Dämmen die meinen wahrscheinlich das hier mit dem Außenposten ne jo Freunde gut dann würde ich sagen haben wir die Mission auch geschafft und ähm ja dann bedanke ich mich bei allen die zugeschaut haben und ja wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne ein Like oder Abo da würde mich sehr freuen und ja dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag ne tschü tschü